Also Eva, wir haben uns für Sie entschieden. Ja, wir sind der Überzeugung, dass Sie die ideale Kandidatin sind. Intelligent, einfühlsam, charakterstark. Wir können uns wirklich keine bessere vorstellen. Danke. Dennoch, so eine Leihmutterschaft ist doch auch eine erhebliche Belastung. Meinen Sie, Sie können nach den neun Monaten einfach so wieder loslassen? Machen Sie sich keine Sorgen. Und mehr Länge wären auch kein Problem für Sie. Solange es keine Fünflinge wären, bestimmt nicht. Gut, dann wollen wir keine Zeit verlieren und sofort losgehen. Bitte, fliegt gleich hier. Unser Flieger geht um sechs. Ja, Kinder, kommt rein. Das ist eure neue Leihmutter. Seid schön, wir sind dann mal weg. Neun Monate Weltreise ohne Kinder, ehrlich.